Willst du eine Banane? Nanana, ich will Karne. Willst du eine Banane? Nanananana, nie. Nanananana, oh. Nanananana, nee. Nanananana, oh. Nanananana, oh je. Vorgestern war ich aus mit Jessica, gestern zum Kuscheln bei Beate. Heute rief mich die Uschi an, ich hatte keine Lust, sie fand es schade. Willst du eine Banane? Nanananana, ich will Karne. Willst du eine Banane? Nanananana, nie. Willst du eine Banane? Nanananana, ich will Karne. Willst du eine Banane? Nanananana, nie. Nanananana, oh. Nanananana, nee. Nanananana, oh. Nanananana, oh je. So, Freunde. So, Freunde. Wir bewegen uns wie eine Banane. Immer schön kreisen in der Hüfte. Das sieht gut aus. Willst du eine Banane? Nanananana, ich will Karne. Willst du eine Banane? Nanananana, nie. Nanananana, oh. Nanananana, nee. Nanananana, oh. Nanananana, oh je. Und jetzt hör dir auf mit meinen blöden Texte, weil die nächsten Texte, Texte der Nächste. Texte, Texten ist für mich das Höchste und dann tut mir mein Kopf so weh. Willst du eine Banane? Nanananana, ich will Karne. Willst du eine Banane? Nanananana, nie. Willst du eine Banane? Nanananana, ich will Karne. Willst du eine Banane? Nanananana, nie. Nanananana, oh. Nanananana, nee. Nanananana, oh. Nanananana, oh je. ARD Text im Auftrag von Funk 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 Untertitelung des ZDF, 2020